In diesem Tutorial werden wir uns die Ableitung der natürlichen Logarithmusfunktion Ln anschauen. Es ist ein einfaches, aber sehr wichtiges Thema für Abi sowie für Grundstudium und gleichzeitig die Voraussetzung, dass man die Stammfunktion mit Hilfe der Logarithmusfunktion versteht. Zuerst, kurz gehalten, ein paar wichtige Informationen über den Umgang mit dem Logarithmusfunktion. Als erstes, hoffentlich bereits bekannt, Ln von x ist die Abkürzung für Logarithmus in Basis e von x. Zweitens, wenn wir bei dem Logarithmus eine andere Basis haben als Basis e, können wir diese Logarithmen nicht direkt ableitern, sondern wir müssen zuerst über eine Basistransformation in die Basis e umwandern. Genauer gesagt meine ich damit folgendes. Hier in diesem Beispiel haben wir Logarithmus in Basis 2 von x und nach der Basistransformationsregel kann man das aufteilen in Lnx durch Ln2. Diese Regel gilt allerdings für alle Basen, also wir möchten jetzt allerdings die Basis e. Und das kann man wiederum noch ein bisschen aufteilen in 1 durch Ln2 mal Ln von x. Der Vorteil dieser Umformung ist folgende. Hier vorne haben wir 1 durch Ln2, das ist eine konstante Zahl. Ln2 ist nur eine Zahl. Deshalb, wenn wir jetzt das ableiten wollen, dann sehen wir das hier vorne als konstanter Term und müssen nur die Ln-Funktion ableiten. Also, daher die Umformung. Des Weiteren sollten wir uns daran erinnern, dass die Ln-Funktion eine verkettete Funktion ist. Wir erinnern uns, die Ln-Funktion ist die Umkehrfunktion der E-Funktion. Weil die E-Funktion verkettet ist, bedeutet das automatisch, dass auch die Ln-Funktion verkettet ist. Und das werde ich jetzt hier versuchen anzudeuten. Die rote Funktion oder der rote Bereich hier ist natürlich die innere Funktion und die grüne selbst ist die äußere Funktion. Das bedeutet beim Ableiten werden wir die wohlbekannte Kettenregel anwenden. Ich habe sie jetzt nochmal hier kurz recht abgebildet. Wir erinnern uns, dass es äußere Funktion abgeleitet mal innere Funktion abgeleitet. Genaueres werdet ihr dann bei den Beispielaufgaben sehen. Für den Anfang schauen wir uns ein paar einfache Beispiele an. Als erstes natürlich die klassische Ln-Funktion. Also, wir haben vorher gesagt, wir haben eigentlich an dieser Stelle eine innere und eine äußere Funktion. Wir erinnern uns, das war die innere Funktion und das war die äußere Funktion. Wenn wir das Ableitungen möchten, dann fangen wir beispielsweise mit der äußeren an. Die äußere ist immer 1 durch die innere Funktion. Also, völlig egal was hier in Ln steht. Die äußere Ableitung bedeutet immer 1 durch die innere Funktion zu schreiben. Und dann kommt mal die innere Ableitung. In diesem Fall, x abgeleitet ist ja 1. Wenn wir das Ganze zusammenfassen, dann haben wir Lnx abgeleitet. Das ist natürlich 1 durch x, was eigentlich auch schon so am Rande bekannt sein sollte. Zum nächsten Beispiel. Ich habe jetzt versucht, das Ganze ein bisschen zu verkomplizieren. Minimal. Also, wir fangen mit der gleichen Taktik an. Und sagen dann 1 durch die innere Funktion. Also, 1 durch 3x minus 2. Und jetzt kommt mal die innere Ableitung. Naja, 3x minus 2 abgeleitet sind natürlich 3. Das Ganze kann man erneut wieder zusammenfassen. 3 mal 1 sind 3. Deshalb 3 durch 3x minus 2. Und beim dritten Beispiel haben wir vorne vor dem Ln noch einen konstanten Faktor, 3. Wir erinnern uns, dieser Konstante wird einfach mitgenommen. Also, dann haben wir 3 mal 1 durch die innere Funktion, 4x hoch 3. Mal die innere Ableitung, 4x hoch 3 abgeleitet. Das sind natürlich 12x². Dann haben wir noch die Möglichkeit, ein bisschen zu kürzen hier. Also, beispielsweise die 4 kürze ich mit der 12 weg. Da bleibt hier eine 3 und hier nur eine 1. Und die x hoch 2 kürze ich natürlich mit der x hoch 3 weg. Da bleibt unten nur noch x. Also, zusammengefasst wäre dann die Ableitung einfach nur 3 mal 3 durch x oder 9 durch x. Jetzt werden wir ein bisschen den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Und zwar, wir versuchen auch weiterführende Ableitungsregel auf diese Ln-Funktion anzuwenden. Hier glaube ich ganz gut erkennbar. Wir haben die Funktion besteht aus einem Produkt aus zwei Teilfunktionen. Und beide beinhalten eine Variable. Das bedeutet, diese Ableitung oder diese Funktion verlangt die Produktregel. Zur Erinnerung an die Seite. Bei uns wird dann x² unser u sein und lnx wird unser v. Es ist völlig egal, wie man es hier definiert. Es kommt das Gleiche raus. Also, legen wir los. Das bedeutet, wir fangen an mit u' Das sind natürlich 2x mal v, also mal ln von x plus und dann kommt u, also x² und wir ändern uns lnx abgeleitet. Das ist einfach 1 durch x. Vorne können wir nichts mehr zusammenfassen, aber hinten kürze ich hier die hoch 2 mit dem unteren x weg. Und dann haben wir 2x mal lnx plus x. Und wenn man es ein bisschen noch übertreiben möchte, dann erkennt man, dass beide Terme dieses x gemeinsam haben. Also, das könnten wir noch nach vorne ziehen. Dann haben wir 2 ln von x plus 1. Also, mehr kann man für diese Ableitung nicht machen. Die zweite Aufgabe an dieser Stelle ist eher für Studenten gedacht. Wir erinnern uns, es gibt noch eine weitere Ableitungsregel und zwar die Quotientenregel. Zur Erinnerung habe ich sie auch ebenfalls rechts abgebildet. So, anhand des Aufbaus können wir, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, dass hier an dieser Stelle der Zähler einfach u ist und der Nenner v. Also, dann versuchen wir die Regel anzuwenden. Wir sagen dann f' von x ist gleich. u' ist nichts anderes als 1 durch 2x² mal die innere Ableitung, 2x² sind abgeleitet, 4x, mal v, also mal x auf 4, minus. Dann kommt u, also ln von 2x² mal, x auf 4 abgeleitet sind, 4x hoch 3. Dann das Ganze durch im Nenner v², also x hoch 4, alles auf 2. Wir erinnern uns, das wird dann gleich zu x hoch 8. So, wo können wir hier noch ein bisschen was zusammenfassen? In erster Reihe, die 2 kürze ich weg mit der 4, dann dieses x hier kürze ich mit der hoch 2 von unten und das übrige x hier kürze ich mit der hoch 4, da bleibt hier noch hoch 3. Also, aus dem ganzen ersten Term bleibt eigentlich nur noch 2x hoch 3 übrig. Hinten können wir nicht wirklich was zusammenfassen, wir könnten eventuell diese 4x hoch 3 nach vorne ziehen. Dann haben wir minus 4x hoch 3 ln von 2x². Und unter dem Nenner, wie bereits erwähnt, haben wir dann x hoch 8. Wenn man das noch ein bisschen weiter treiben möchte, dann kann man eventuell hier noch das x hoch 3 ausklammern. Den Grund dafür, das werden wir gleich erkennen. x hoch 3, Klammer auf, dann bleibt beim ersten Term nur noch die 2 übrig und beim zweiten minus 4 ln von 2x hoch 2. Und das Ganze durch x hoch 8. Und jetzt, weil wir hier ein Produkt haben, können wir die x hoch 3 noch wegkürzen mit der x hoch 8 und dann bleibt hier entsprechend nur noch x hoch 5. Also, Endergebnis, 2 minus 4 ln von 2x² durch x hoch 5. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Aufgabe, die ich am Anfang erwähnt habe, aber nicht zu Ende gerechnet habe. Und zwar, was machen wir, wenn nicht die Basis E vorhanden ist? Also, wir erinnern uns, wir transformieren erstmal die Basis in E. Das geht wie folgt, also wir leiten noch nicht ab, wir formen nur um. Dann haben wir Logarithmus von x durch Logarithmus von 2. Und das habe ich vorher erwähnt, kann man auch ein bisschen anders darstellen als 1 durch ln2 mal lnx. Und 1 durch ln2 ist ein konstanter Faktor. Aus diesem Grund können wir jetzt gleich zu der Ableitung gehen und sagen, dieser konstante Faktor wird einfach mitgenommen. Und lnx abgeleitet wird, ist 1 durch x. Also können wir das Ganze nochmal zusammenfassen als 1 durch ln2 mal x. Das ist alles. Und jetzt noch zwei kurze Hinweise, die weiterhelfen konnten. In der gleichen Playlist findet ihr auch zu anderen Funktionstypen, wie zum Beispiel trigonometrische Funktionen, die natürliche Exponentialfunktion, gebrochennationale Funktionen und so weiter. Weitere Tutorials für verschiedene Ableitungsregeln. Und es ist sehr empfehlenswert, dass ihr euch auch noch die Stammfunktionsbildung mit Hilfe der ln-Funktion anschauen tut. Es ist eine wichtige Geschichte für Abi, aber auch für Studium.